Ich bin unterwegs von Ort zu Ort und ich weiß nicht mal wirklich, warum es nur um irgendwo zu sein. Ich vermiss das Gefühl, einfach nur hier zu sein, mit euch im Gras zu liegen und den Bäumen beim Strahlen zuzuschauen. Frag mich manchmal noch, wo bin ich falsch abgeboten? Oder soll es einfach gerade so sein? Hat das alles irgendeinen Sinn? Vielleicht ergibt sich manches mit der Zeit. Ich wär so gern für euch da, könnt spüren, wie ihr gerade kämpft. Tut mir echt leid, ich glaub, ich brauch noch bisschen Zeit, komm gerade selber noch nicht klar. Da ist so viel, was ich fühl, und manchmal ist es zu viel. Ich versuch grad noch zu lernen, damit umzugehen. Ich weiß, da kommt noch so viel Glück, doch gerade seh ich davon nichts. Versuch die Wunder zu sehen, doch manchmal fehlt die Energie. Habe so viel probiert, so viel verliert es sich im Sand. Da ist vielleicht auch bisschen Angst, etwas Neues anzufangen. Ich probier gerade aus, lauf ohne Karte durch die Welt, halte meine Augen auf, nach einem Platz, der mir gefällt. Und wenn ich angekommen bin, schreib ich nen Brief auf Papier, erzähl von meinen Reisen und den Wundern, die mir da geschehen. Langsam nimmt alles einen Lauf, Schritt für Schritt komm ich an Land. Ich leg die Puzzleteile an, baue mein Gemälde neu zusammen. Viele Farben sind alt, doch leuchten wie in neuem Glanz. Und was da gerade passiert, fühlt sich endlich mal richtig an. So viel liegt jetzt hinter mir und was ich vor mir seh, das strahlt. Die Sonne scheint durch kahle Bäume, neue Zuversicht im Arm. Da waren Tage, als ich dachte, ich komm nirgendwo an. Wenn ich jetzt so daran denke, wär ich gerne nochmal da. Würde sagen, hab Vertrauen, es hat alles seine Zeit. Vielleicht muss man, um sich zu finden, erst einmal verloren sein.